Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werdet ihr die Highlights des Duo Anwärter Cash Cups sehen. Das war auch der erste Cash Cup in Season 2. Heute wird dann ja auch noch der Solo-Plattform Cash Cup stattfinden. Und am Samstag ist dann die FNCS, die wir auch im Livestream zocken werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal einen Follow da. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und hier auf dem YouTube-Kanal ein Abo dalassen. Bei einem Cup war es allerdings ein bisschen verbuggt, denn wundert euch nicht, dass vielleicht in der zweiten, dritten Runde überall keine Punkte stehen, da nach jeder Runde einfach die Punkte nicht mehr angezeigt werden. Man sieht nur die Punkte, die man in der Runde selbst gemacht hat. Und am Ende hatten wir dann tatsächlich 10 Games voll. Es stand aber trotzdem, dass wir 0 von 10 Games gespielt hätten. In diesem Wettkampftab steht auch, dass wir überhaupt nicht an dem Turnier teilgenommen haben. Das Ganze ist sehr, sehr verbuggt. Leider. Ich hoffe, die fixen das wirklich. Ich glaube, es ist auch bei anderen Streamern so. Also ich glaube, wir sind kein Einzelfall dabei. Aber es ist eben halt immer ein bisschen schade, weil wir dann auch die zweite und dritte Runde verwirrt waren und dachten, unsere erste Runde, die wirklich so extrem krass war, wäre dann einfach weg gewesen. Und die Punkte würden davon nicht zählen. Und deshalb waren wir eben halt vom Mindset her richtig mad in den zweiten und dritten Runden der Nacht. Lief es aber wieder. Waren auf jeden Fall nice Highlights. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß damit. Einer ist über uns. What, ey? Er hat Fische genommen. Hab ihn! Sehr gut. 85 minus. Hab ihn! Let's go, Junge! Ach, kill's win. Ich wäre fast geladed worden. Einer One-Hit. No way! What the f... Laser. Digga! Ey, die Schüsse fallen da... Digga, das war RG-1-Taiko. Boah! Granaten! Nein, die waren über mir auch. 49er Headshot! Auf wen? Auf den oberen. White! 75 HP. Einer Bound. Bin auch High. Wo? Finished. Ja, ja. Warte, nicht, bin du, oder? Hab ihn. Geht's, komm. Reizen, halt. Hat noch mit. Nein, du haben auch. Shit, shit, shit. Chill, Craig. Shield Crack. Shield Crack. Da? Nein. Shell, 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 shell. No way! Ja! 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 Hier drin. Shield Crack. One-Hit. Hab ihn. Mate kommt. Nein! Ah, ich bin wieder zurück. No way, Digga. Ich hab ihn abgefangen. Let's go! Wir haben die vier an uns runter. Shield Crack. Dein 60er. Der andere ist Shield Crack. So, let's go. Fliegt, fliegt. Shield Crack. Stark. Trotzdem, geiler Damage. Nein. Hab einen. Hab noch einen. Hab zwei. Hab zwei. Sehr schön. Hab einen. Nein, schade. Hab den neun. Sehr schön. Ah, schade. Hab den neun. Äh, one HP. One HP. Hab ihn. Leck. Die haben ihn nicht gesehen. Die haben ihn nicht gesehen. Ja, Digga. Das ist drei, zwei. Oh, Minigun. Es ist die schlechteste Nummer für der Runde. Jetzt kommt er gleich mit seiner Minigun. Ist es? Nein, sonst nicht. Irgendwie spielt in dieser Runde jeder aus, wie er den Auras kennt. Boah, Digga. Soll ich snipen? Ja. Ah, kacke. Ah, da sind überall Bäume. 100er. White. Ist er runtergejumpt? Nein, nein, nein. Ist er nicht. Doch, ist er, ist er. Beim Haus vorne. Ist er? Da. Ja. Er ist da unten. 31er. Auf? Auf Schild. Auf anderen auch nochmal 31er Schild. 100er. Auf da hinten. Digga, der schluckt doch ganz gut. Ey, Digga. Man hört das T4 jetzt gar nicht. Ich bin komplett down. Oh, Mann. Ich hab Flossen. Ja, ich komm nicht zu dir. Digga, sie sind so schlecht. Es ist so schlecht, das ist C4. C4 und dann kommt von der anderen Seite auf einmal noch... Das ist so dämlich. Nice. Kann er nicht, weil da ein Typ ist. den Edit hätte ich nicht gemacht. Oh, das ist so schlecht. Jumpe! Geflaced, aber egal. Du hast noch vier Flopper. Kannst du auch noch mal ausüben bleiben. Stark. Schön, hast ihn knocked. Stark. Weitere so. Stark! Okay. Links. Du hast keine Mets mehr. Komm, den holst du noch. Du bist der Beste. Genau. Du musst das. Da ist noch Loot. Da wäre auch noch... Ah, egal. Hast wieder ein paar Mets. Nicht allzu viele. Aber trotzdem, es reicht das Erste. Komm. Mach das so gut. Du machst das so gut. Geh für Loot, geh für Loot. Du machst den Mets. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Versoe. Schade. Ah, schade. Oh mein Gott. Ich hab so rasiert. Ich hab so rasiert. Schild Craig. One hit. Hab ihn. Stark. Ist er da noch? Ja, ist er. Ja, ist er. 23er auf Blue. Ein 70er Blue. Blue. Du. Sehr nice. Wir wollen safe runterschießen. Nein, der eine ist nicht los. Nein. Oh, Digga. Oh, er hat ne Bespast. Ja. Einer absolut Wonsch. Ey. Digga, der hielt sich die ganze Zeit nicht und jetzt hat er auf einmal... Nee. Oh mein Gott. Die haben ehrlich beide denselben Skin. Dann sind beide richtig low. Lol. Hä? Dann waren das ja mega viele, die... Ja. Ich hab noch zwischen solchen Tomato Head gesehen. Nee. Hab ich doch gesagt, dass sie drei Duos waren. Stark. Nein.